In dieser Meditation möchte ich Dich einladen. Dein Urvertrauen zu stärken, dafür wäre es gut, wenn Du den Fokus auf Dich selbst lenkst und alles, was heute war, einfach mal so lässt, wie es war. Wenn Du Dich jetzt in diesem Moment nur auf Dich selbst konzentrierst und ganz in Ruhe Dich auf Deinen Körper konzentrierst, Dich spürst und Dich fühlst. Denn ich möchte jetzt Deine inneren Helfer rufen. Du hast sehr viele innere Helfer und sie sind alle für Dich da. Und es ist immer sehr schön, wenn sie Dich unterstützen dürfen. Und so rufe sie nun mit Deiner inneren Stimme und bitte sie, Dich in das Feld zu tragen, wo Deine Seele noch ganz rein war und wo Dein Urvertrauen vollkommen war. Deine inneren Helfer tun dies in Leichtigkeit. Und Du brauchst nur einmal tief ein- und auszuatmen. Und schon seid ihr alle zusammen in diesem Feld, wo Deine Seele entstand. Dieses Feld trägt den Abdruck Deiner Matrix. Es trägt die Farben und Töne Deines Namens, Deiner Merkabah. Es trägt alles, was Du bist. Und so spüre, spüre, wie es ist, wenn Du voller Vertrauen bist. Das Urvertrauen findest Du hier in diesem Feld. Und spüre, wie es sich jetzt ausbreitet, sich um Deine Seele legt und sich zart zwischen Deinen einzelnen Aspekten verbindet. Spüre, wie das Urvertrauen von Zellkern zu Zellkern geleitet wird und Dich besonders an den Stellen berührt, wo Du Heilung benötigst. Und so lasse, lasse alles geschehen, so wie es geschieht, erlaube Dir, Dich dem Urvertrauen hinzugeben. Du befindest Dich in dem Feld Deiner Herkunft und Du spürst, dass dort alles gut ist. Denn es ist die Wirklichkeitsenergie, welche vollkommen rein ist, voller Liebe und Licht. Und hier ganz genau an diesem Ort kannst Du das Urvertrauen spüren. Dieses große Vertrauen, was Du als Gefühl wahrnimmst, als Gefühl der Leichtigkeit. Weil Du weißt, dass alles, was geschieht, aus Liebe geschieht. Und deswegen fühlt es sich so gut an. Deswegen kannst Du so gut vertrauen. Und nun atme, atme die Energie des Urvertrauens ein und dehne Dich damit aus. Mit jedem Atemzug wächst Du ein wenig mehr. Nehme den Raum ein, welcher Dir gebührt. Und spüre, wie sich Deine Seele wohlfühlt. Spüre doch, wie leicht es ist, hier in diesem Raum zu vertrauen. Und so weben sich die Fäden des Urvertrauens in Deinen Zellkernen ein. Denn das ist es, was Du mitnehmen wirst, wenn Du nachher wieder in Dein Hier und Jetzt zurückkehrst. Doch jetzt erlaube Dir, so tief wie möglich, Dich mit dem Urvertrauen zu verbinden. Lasse Dich davon lieben und spüre das Licht, das Licht der Schöpfung. Wie es Dich zum Strahlen bringt. Lasse Dich. Lasse Dich. Lasse Dich. Es ist so, wie wenn die Engel für Dich singen. Sie singen. Sie singen die Töne des Vertrauens. Denn sie kennen Dich. Sie kennen Dich genau. Und so spürst Du, wie schön es doch ist, verbunden zu sein mit diesem lichten Wesen. Wie schön es ist, auch hier zu Hause zu sein. Und dann, nach einer Weile tragen Dich die Engel zu Deinen inneren Helfern. Denn Deine inneren Helfer werden Dich wieder sanft zurückbringen. Zurück in Dein Hier und Jetzt. Denn Du trägst den Samen des Urvertrauens in Dir. Und dieser Samen, er darf wachsen. Er darf immer dann wachsen, wenn Du es zulässt. Und so kannst Du diese Meditation, so oft Du möchtest, wiederholen. Um den Samen genügend Licht und Liebe zu geben, damit er wachsen kann. Und so kannst Du, wie schön es doch schließlich gibt es.